Hallo ja doch meine Freunde, ich bin's Marius nach langer Zeit mal wieder und ich habe hier für euch ein Black Ops 1 Gameplay vorbereitet, ein Flawless Team Deathmatch mit der Waffe Farmers Doppelmagazin und ja, halt, ja ich wollte einfach mal sagen, es war sehr sehr erholsam, im Urlaub auf jeden Fall, ich war ja mit einem Kumpel da und ja, ich habe mal eine Frage zwischen euch jetzt so Freundinnen und halt und also Geziehungen und alles mögliche, ähm, ich frage jetzt einen meiner Opponenten, habt ihr Freundinnen oder hattet ihr und ja, dann würde ich mal fragen, schreibt mal in die Kommentare, was ihr darüber so denkt, also wie eure Beziehungen waren, wie lange und ob sie gut oder scheiße waren, also jetzt nicht scheiße, sondern nicht so gut, ähm, und ja, ähm, ihr fragt ja euch bestimmt, und wie soll ich auf das Thema jetzt kommen, weil, ähm, hier ein Kumpel von mir hat gerade mit einer Freundin von mir Schuss gemacht und er hat sie halt verlassen, nur weil, ähm, hier, er mit einer anderen unbedingt Sex wollte ja, ich weiß, das ist komisch, aber, ähm, auf jeden Fall finde ich das richtig blöd von ihm und er wollte sich auch jetzt entschuldigen, aber sie lässt sich halt nicht mehr zu, dass sie jetzt wieder zusammenkommen und vielleicht auch richtig von ihr, die ist schon ein Bot und ja, ähm, ähm, hier lässt es halt nicht zu, weil ihr jetzt einfach scheiße findet, weil, ähm, nur um den Sex zu verlassen, ich meine, boah, vielleicht hätte er ja mit ihr auch irgendwann was das gehabt, aber, ähm, ich weiß, ähm, ja, also, ich würde einfach mal, äh, halt, darauf ansprechen, wie ihr darüber jetzt so denkt und, ja, schreibt es mal bitte in die Kommentare und gebt den Daumen, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, dann einen Daumen nach unten, aber, ähm, wenn es geht, nicht so viele Daumen nach unten, bitte und, ja, dann würde ich mich verabschieden und bis zum nächsten Mal, hau rein der Weg ist zum Greifen nah, nicht nachlassen hoch und nur dann verbündete Vorräter sind unterwegs verbündetes Spionadeflugzeug unterwegs Mission erfüllt, gut gemacht bis zum nächsten Mal